Untertitelung des ZDF, 2020 Original zubereitet gehört Gulasch zu den gedünsteten Fleischspeisen. Das bedeutet, dass zuerst die Zwiebeln angedünstet und darin die Fleischwürfel mitgedünstet werden, um zuletzt das Gericht mit Fond fertig zu dünsten. Jedoch wird in der Praxis oftmals das Fleisch angebraten. Jeder will es, jeder kriegt es. Es ist genug für alle da. Jeder will es, jeder kriegt es. Es ist genug für alle da. Baby, ich bin deine Gulaschkanone. Ich bin groß, ich bin lecker und ich bin auch ein bisschen spicy. Sowas wie mich hast du nie erlebt. Ich bin deine Gulaschkanone. Ich hab nur noch eine Patrone. Zur Not schaff ich es auch ohne dich, wenn du heute Nacht nicht den Weg zu mir findest. Ich bin deine Gulaschkanone. Ich hab nur noch eine Patrone. Zur Not schaff ich es auch ohne dich, wenn du heute Nacht nicht den Weg zu mir findest. Ich bin deine Gulaschkanone. Ich hab nur noch eine Patrone. Zur Not schaff ich es auch ohne dich, wenn du heute Nacht nicht den Weg zu mir findest. Angebraten. Fleischwürfel mit Fond angebraten Angebraten Fleischwürfel mit Fond angebraten Gourosch ist ein Dragoch Jeder will es Jeder kriegt es Es ist genug Für alle da Jeder will es Jeder kriegt es Es ist genug Für alle da Baby, ich bin deine Goulaschkanone Ich bin groß Ich bin lecker Und ich bin auch ein bisschen spicy Sowas wie mich Hast du nie erlebt Ich bin deine Goulaschkanone Ich hab nur noch eine Patrone Zur Not schaff ich es auch ohne dich Wenn du heute Nacht nicht den Weg zu mir findest Ich bin deine Goulaschkanone Ich hab nur noch eine Patrone Zur Not schaff ich es auch ohne dich Wenn du heute Nacht nicht den Weg zu mir findest Ich bin deine Goulaschkanone Ich hab nur noch eine Patrone Zur Not schaff ich es auch ohne dich Wenn du heute Nacht nicht den Weg zu mir findest P-P-P-Karlona P-P-P-P-P-Lona P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Untertitelung des ZDF, 2020